Wie spreche ich mit Kindern über den Krieg? Wie erkläre ich einem Kind die aktuelle Situation? In diesem Video erhältst du fünf Tipps zum Umgang mit der Thematik. Außerdem nenne ich dir den einen Satz, den du auf keinen Fall verwenden solltest. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Thema des heutigen Videos wurde in den letzten Tagen wirklich häufig angefragt. Ich habe viele Nachrichten von Zuschauenden bekommen, die sich ein Video zu diesem Thema gewünscht haben und um Tipps für die Praxis gebeten haben. Und zwar soll es heute darum gehen, wie man mit Kindern über den Krieg sprechen sollte. Von der aktuellen Situation hat mittlerweile wirklich jeder mitbekommen. Das Internet, Fernsehsender und Radios sind voll von neuen Nachrichten. Der Grundtenor der Nachrichten ist beängstigend und erschreckend. Es wird von einem möglichen Weltkrieg gesprochen, von vielen unschuldigen Toten und der Gefahr, dass der Krieg auch zu uns kommen könnte. Kinder bleiben von diesen Informationen und Nachrichten nicht verschont. Sie bekommen es zwangsläufig mit, auch wenn in einem das Grundbedürfnis sehr hoch ist, die Kinder von den Neuigkeiten und den Ängsten zu verschonen. Uns Erwachsenen fällt es schon enorm schwer, die Informationen und Umstände einigermaßen realistisch ein- und abschätzen zu können. Wie muss es da nur den Kindern gehen? Daher ist ein authentischer, wertschätzender, aber auch ehrlicher Anspruch super wichtig. Ich möchte dir heute fünf Tipps und Herangehensweisen geben, wie du mit Kindern über diese Thematik sprechen kannst. 1. Zuhören, was das Kind weiß Interessiert sich das Kind für das Thema, stellt es Fragen, spielt es Situationen nach, malt Bilder oder spricht mit anderen Kindern darüber, denn es ist sehr sinnvoll, das Kind überhaupt erst einmal erzählen zu lassen, was es über die Situation weiß. Wichtig dabei ist es, die Gefühlsebene des Kindes kennenzulernen. Kinder reagieren emotional auf Gefühle häufig anders als Erwachsene. Daher kann das Kind auch ganz klar gefragt werden, wie es sich gerade hinsichtlich des Themas fühlt. Hier kann auch auf kreative Art und Weise angeknüpft werden, beispielsweise über das Malen oder ein Spiel. Das Kind sollte merken, dass es in seinen Bedürfnissen ernst genommen wird und vor allem, dass es in der erwachsenen Person jemanden mit einem offenen Ohr findet. Falls sich tatsächlich eine starke Angst beim Kind entwickelt, kann so leichter reagiert werden. 2. Ruhig bleiben und nicht in Details verstricken In erster Linie ist es wichtig, ruhig zu bleiben, Informationen und Antworten möglichst sachlich und wenig emotional zu vermitteln. Es sollte mit kurzen, einfachen Sätzen geantwortet werden, ohne große Ausschmückungen und dramatische Details. Vor allem Fernseh- und Radiobeiträge für Erwachsene können für Kinder sehr beängstigend sein. Unter anderem auch, weil sie Gesagtes häufig nur schwer realistisch einschätzen können. Wird von einem Krieg mit möglicherweise vielen, vielen Toten direkt vor unserer Haustür gesprochen, dann löst das beim Kind sehr präsente Todesängste aus. So ernst und gefährlich die Situation auch ist, sind solche Aussagen für Kinder schlecht. Ab dem frühen Grundschulalter empfehlen sich Kindernachrichtensendungen wie beispielsweise Logo. In Nordrhein-Westfalen, in dem Bundesland, wo ich wohne, ist das Kira K vom Radiosender WDR 5 auch sehr zu empfehlen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dass Kinder ExpertInnen Fragen zu der Thematik stellen dürfen. Wenn du weitere Medien für Kinder kennst, die über die Thematik altersgerecht aufklären, dann schreib gerne einen Kommentar und hilf auch so anderen Zuschauenden. 3. Versuchen, Sicherheit zu geben Hat das Kind tatsächlich eine Angst und Bedrohung verinnerlicht, sollte darüber gesprochen werden. Häufig können einige Dinge relativiert werden. In dem eben genannten Beispiel mit dem Krieg direkt vor unserer Haustür kann dem Kind erklärt werden, dass die Ukraine doch ein ganzes Stück weiter weg ist als vor der eigenen Haustür. Bei älteren Kindern kann über die Situation gesprochen werden. So kann auch ein erstes politisches Verständnis geschaffen werden. Auch kann so bei Kindern ein Einstieg gefunden werden zu moralischen und ethischen Themen. Wann sollte man Schwächeren helfen? Ist Gewalt zur Notwehr in Ordnung? Und wenn ja, wann ist dieser Punkt? 4. Nach Möglichkeiten suchen, selbst aktiv zu werden Kinder wollen tendenziell anderen Menschen helfen, die sich in wirklicher Not befinden. Vor allem wenn sie merken, dass Kinder in ihrem Alter betroffen sind. Hilfsaktionen können das Gefühl von Ohnmacht und der Hilfslosigkeit bekämpfen. Bisher sind mir noch keine Hilfsangebote für Kinder zu der aktuellen Situation bekannt. Aber sobald sich welche entwickeln, ist es sehr sinnvoll, diese Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Einerseits um das eben erwähnte Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit zu bekämpfen. Andererseits aber auch, um moralische Werte zu vermitteln. Sind andere Menschen in Not, haben wirklich große Probleme, dann sollte man diesen helfen. 5. Authentisch und ehrlich sein, Informationen filtern und dosieren Wichtig ist es, bei der ganzen Sache dennoch kindgerecht authentisch zu sein. Es sollten keine dramatischen Debatten zwischen Erwachsenen zur politischen Lage vor Kindern ausgetragen werden. Dennoch können Gefühle und Emotionen kindgerecht dosiert geäußert werden. Dabei sollte sich der Erwachsene bewusst sein, dass es gerade nicht um seine eigenen Gefühle und Emotionen geht, sondern darum, sich auf das Kind einzulassen und ihm möglichst Sicherheit zu geben und vor allem irrationale Ängste abzubauen. Für ein Kind sind die 2000 Kilometer bis zur Ukraine sehr weit weg und es ist eben nicht direkt vor unserer Haustür. Auch wenn diese Begrifflichkeit häufig fällt. Und es ist auch nicht so, dass wir ab jetzt jederzeit mit einem Bombenangriff auf unser Haus rechnen müssen. Kinder entwickeln unter Umständen aber genau solche Ängste. Daher ist es wichtig, auf diese Ängste kindgerecht und authentisch zu antworten und sie gegebenenfalls zu relativieren. Kommen wir jetzt zu dem Satz, den Erwachsene den Kindern auf keinen Fall sagen sollten. Der Satz lautet Du musst keine Angst haben. Die ganze Situation ist natürlich wirklich besorgniserregend und unter Umständen wird sie auch noch viel besorgniserregender und vielleicht ist es auch angebracht, Angst zu haben. Aber diese Aussage sollte aus folgenden Gründen nicht fallen. Hat das Kind Angst, dann fühlt es sich durch diese Aussage nicht verstanden und nicht ernst genommen. Die Angst wird aber bleiben und das Kind spricht vielleicht nicht mehr offen über seine Gefühle. Hat das Kind bisher keine Ängste entwickelt, dann kann es sein, dass sie durch diesen Satz aber ausgelöst werden. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Wie gehst du mit Aussagen und Fragen von Kindern zu dieser Thematik um? Hast du weitere Tipps? Dann schreibe gerne einen Kommentar. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal Klicke hier, um zu dem Erzieherkanal zu gelangen. Klicke hier, um zu dem Erzieherkanal zu gelangen. leveln Klicke hier, um zu dem Erzieherkanal zu gelangen.